Hallo und herzlich willkommen meine lieben Anime, Manga und Cosplay Freunde des guten Geschmacks. Ja, wir sehen können, wir sind jetzt auf meinem Desktop. Ich sage oh hi yo, was geht ab? Und ja, irgendwie hier wollen wir aber gar nicht hin und zwar heute mal nur eine kleine Aufnahme. Wir müssen, na wo schauen wir mal hin? Ähm, hier, erstmal gehen wir hier hin. So, erstmal super, 162 Abonnenten und die Klickzahl steigt ja auch. Finde ich schon mal toll. Super, dass die Videos auch so gut ankommen. Vor allem auch die One Piece Folgen finde ich richtig super, hätte ich nicht gedacht. Die nächsten Tage muss ich erstmal wieder ein bisschen aufnehmen, aber es wird auch kommen. Wie ihr wisst, bin ich ja selber hier einer, der die Designs von sich selbst macht. Und ich habe ja schon ein paar gemacht für ein paar Kollegen, falls ihr das mitbekommen habt, auf Facebook vielleicht. Und zwar hier einmal für den Nanaki und für Gaming und TakuTV. Natürlich hier noch für ein paar private Leute, mit unseren eigenen Channels. Und zwar wie folgendermaßen. Ähm, ich hatte jetzt nicht wirklich Lust irgendwie was aufzunehmen oder so. Und hatte Langeweile, weil ich halt so leicht erkältet war. Deswegen habe ich für den Baron Light 96 so rum, der relativ oft meine, oder fast immer meine Videos kommentiert. Und der auch relativ viel hier mit Anime und Manga und Let's Plays auch macht. Habe ich gedacht, hm, irgendwie der Junge, der braucht doch mal was. Das ist nicht ganz so toll hier. Und dann dachte ich mir, komm, du hast doch Photoshop, fängst du mal an, was zu machen. Und ja, es ist nicht das Bombastischste. Ich hoffe, es wird dir trotzdem gefallen. Ähm, ja, wie gesagt, einmal Banner und einmal, ähm, das Bild. Wir können es ja hier gerne nochmal hier aufmachen, das ist vielleicht ein bisschen größer. Ja, Baron Light 96. Ähm, und hier auch nochmal. Oh, hoppala, das wollte ich jetzt gar nicht. Ähm, ja. Wie gesagt, schaut doch einfach mal bei ihm vorbei. Ich hoffe, du siehst dieses Video auch. Und ja, dann add mich einfach auf Skype. In der Beschreibung steht ja immer alles drin. Und ja, das war's, meine Freunde. Vielleicht seid ihr auch irgendwann mal dran, kriegt was. Und ja, in den nächsten Tagen kommt ein paar Videos. Haut rein, tschö mit Öl und schönen Abend noch.